Woche 46 Sich Krishna überlassen Die Angst vor der Haltlosigkeit des Daseins versucht der Mensch zu überwinden, indem er sich an vielem festhält. An Besitz, an Erfolg, vor allem aber an Menschen. Aber genau dadurch gerät man noch mehr in Angst, weil man ahnt und dann auch beobachtet, dass dieses Bedürfnis nicht erfüllt werden kann und diese Hoffnung im Grunde leer bleiben wird. Absolute Geborgenheit kann nur aus der Transzendenz kommen, von Krishna her. Er trägt uns, er hält uns. Aus seinen schützenden und liebenden Armen werden wir niemals fallen. In ihm ist die Sehnsucht nach absolutem Halt erfüllbar. In der gesamten Geschichte der Menschheit hat es keinen wesentlicheren Augenblick gegeben, wie wenn sich die Seele wie der Krishna überlässt. Viele Menschen glauben, sie müssten immer alles selber machen. Sie müssten hart an sich arbeiten, damit sie weiterkämen und ihre Ideale umsetzen könnten. Sie strengen sich an, das Gute und Richtige zu tun. Aber irgendwann kommen sie zu dem Punkt, an dem sie spüren, dass sie nicht alles erreichen können, was sie möchten. Sie mögen sich noch so viele Vorsätze machen. Sie werden sie nicht alle erfüllen können. Immer wieder wird man mit der eigenen unzulänglichen Realität konfrontiert. Genau da heißt es, die Hände zu öffnen und sich Krishna zu überlassen. Darin liegt die viel dringlichere und wesentlichere Aufgabe, als im vorgenommenen Kampf die eigenen Ambitionen umzusetzen. Dieses Überlassen an Krishna ist dann aber keine Haltung der Resignation, sondern der Freiheit. Man erkennt, dass man ja gar nicht alles zu erreichen braucht, was man sich vorgenommen hat. Und dass dies ja nur Ausdruck eigenen Ehrgeizes war, aber noch lange nicht Krishnas Wunsch. Wenn man sich vor Krishna verneigt, ihm seine leeren Hände hinhält, dann spürt man darin eine Freiheit, die von dem Sich-Überlassen ausgeht. Stell dir vor, du umkreist die Erde in einem Raumschiff. Manchmal verlässt du es, um draußen ein wenig herum zu spazieren. Dabei verbindet dich eine Sicherheitsleine mit dem Schiff. Es ist unglaublich aufregend, da draußen im unendlichen Raum. Du verspürst ein außergewöhnliches, ein unbeschreibliches Gefühl von Freiheit. Aber du weißt stets, dass du jederzeit ins sichere Raumschiff zurückkehren kannst. Viele Menschen halten dieses Gefühl der Erleichterung und der momentan erlebten Freiheit beim Festhalten der Leine für Spiritualität. In Wirklichkeit fordert der innere Weg jedoch, dass man das Seil durchschneidet. Die kleinliche Angst läuft amok. Aber wie lange will man sich noch von ihr bestimmen lassen? Es geht um viel wesentlichere Aufgehobenheit als der kleine Ausflug mit dem Seil und der Sicherheit der Möglichkeit zur Rückkehr zum Alten. Dies ist der Schritt zur Hingabe.